Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. In letzter Zeit werde ich immer wieder und immer öfter gefragt, welcher Ballison-Trainer für XY Euro der beste ist. Heute möchte ich euch meine Empfehlungen mitteilen. Worauf gilt es jedoch zu achten? Ich persönlich achte immer darauf, dass ein Ballison eine Verschraubung hat, also dass die Handles mit der Klinge verschraubt und nicht vernietet sind. Zudem achte ich immer auf das Gewicht des Ballisons. Wenn ihr schon seit einiger Zeit flippt und bereits verschiedene Ballisons getestet habt, werdet ihr merken, in welchem Gewichtsrahmen euch das Flippen am leichtesten fällt. Natürlich ist der Preis auch immer so eine Sache. Wer das Flippen lediglich einmal ausprobieren will, wird sich definitiv keinen 200-Euro-Trainer kaufen. Fortgeschrittene und Profis tendieren jedoch dazu, gerne einige Euros mehr auszugeben. Für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene empfehle ich euch den Vagani Ballison-Trainer, den es für ca. 15 Euro auf Amazon gibt. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Warum genau den Vagani-Trainer? Ganz einfach, Vagani liefert eine wirklich gute Qualität für kleines Geld. Ich nutze meinen schon seit über einem Jahr und kann immer noch damit flippen, auch wenn er ein wenig mitgenommen aussieht. Wenn ihr ihn auf Amazon kauft, kann es sein, dass er manchmal ausverkauft ist. Wer also zu viel Geld übrig hat, kann also auch den gleichen Trainer für rund 50 Euro von Bags kaufen. Für Fortgeschrittene und Profis empfehle ich eigentlich alle bekannten Größen. Dazu zählen unter anderem das Beer-Obs Beer Song 2, Jerry Home Prodigy oder auch den Flytanium-Trainer, der hoffentlich bald auch in Europa erhaltlich sein wird. Für diese Ballison-Trainer zahlt man jedoch gleich mal über 200 Euro, was sie für Anfänger natürlich unattraktiver macht. Mein Tipp, kauft euch einfach mal zwei verschiedene Ballison-Trainer für je 15 Euro und flippt damit. Denn jeder sollte auch mal Erfahrungen machen. Denn Erfahrung ist das, was einen Flipper ausmacht. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage an euch, beziehungsweise zwei Fragen. Welchen Ballison-Trainer habt ihr denn? Und habt ihr schon mit mehreren Trainern Erfahrungen gemacht? Haut's mir mal in die Kommentare. Und das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, falls ihr hier zum ersten Mal seid. Bis dahin, euer Dordi Cross. Ciao.